Die Uhren blieben um 1.17 Uhr stehen. Es gab einen langen, grellen Lichtstrahl. Jeder Tag ist grauer als der vorherige, während die Erde langsam stirbt. Auf den Straßen befinden sich bewaffnete Banden und alle suchen nach etwas zu essen. Eines Tages werden sie uns kriegen und dann werden sie uns töten. Komm schon! Ich werde wirklich alles tun, was nötig ist. Was denn? Wenn du es wagst, ihn anzusehen, schieße ich! Ich denke, dass du dir gerade in die Hosen scheißt. Sind wir immer noch die Guten? Ja, wir sind immer noch die Guten. Und das werden wir auch immer sein, ja? Das werden wir immer sein. Wir müssen das Feuer bewahren. Welches Feuer? Das Feuer in dir drin. Wir werden das hier überleben. Alles hängt davon ab, ob wir die Küste erreichen. Ist es blau? Ich weiß nicht. Früher war es das. Wer immer die Menschen erschaffen hat, wird ja keine Menschlichkeit mehr finden. Was sind das für Sachen? Was zu essen? Was willst du zum Frühstück? Eines weiß ich. Der Junge ist der Grund, weshalb ich lebe. Wenn er nicht das Wort Gottes ist, dann hat Gott niemals gesprochen. Wenn man etwas Schlimmes träumt, dann bedeutet das, dass man noch kämpft. Dass man noch lebt. Wenn man erst mal anfängt, von schönen Dingen zu träumen, sollte man sich Sorgen machen.